Yo Freunde, was geht ab? Schaut euch das mal an, Banggood hat mir 5 Autos zugesendet. Da sind auf jeden Fall schon richtig geile Fahrzeuge dabei. Anfangen werden wir heute mit diesem Verbrenner hier. Das Video mit unserem allerersten Verbrenner hat euch erstaunlicherweise sehr gut gefallen. Ihr wolltet noch mehr Verbrenner sehen, deswegen werden wir heute mit dem hier beginnen. Ansonsten wurde mir das alles hier zugesendet zur Feier des Single Days. Der Single Day, der ist am 11.11. und das ist halt so voll der bekannte Feiertag in China für Alleinstehende. Da gibt es auch immer so voll die krassen Rabatte, sowas ähnliches wie Black Friday bei uns. Was ich damit sagen will, vom 10.11. bis 11.11. könnt ihr auf Banggood richtige Schnäppchen machen. Link ist unten in der Beschreibung. Die 5 Autos, die sind auch unten alle in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es mit meinem Code nochmal 10% extra Rabatt. Starten wir mit dem Blade von VRX Racing. Ihr habt mir beim letzten Verbrenner in die Kommentare geschrieben, wenn das Auto ein bisschen kleiner ist, ist es auch leiser. Das Auto ist ein bisschen kleiner. Und ich hoffe, er wird wirklich leiser sein, weil beim letzten Mal das Ding, das war einfach zu laut. Das kann man nirgendwo in eine Ortschaft fahren, ey. Das ist einfach Lärmbelästigung next level. Okay, packen wir den mal aus. Hier haben wir einmal eine Anleitung und, und, und. Ein paar Sticker. Da ist auch schon das Auto. Und hier ist Lärmbelkrieg bestellt. Oh, ein Heck-Spoiler. Die Funke, wollte ich eigentlich sagen. Machen wir hier erstmal den Heck-Spoiler dran. Einfach hier auf die Nippel draufstecken. Und eine Klarung kann man befestigen. Ansonsten sieht auf den ersten Eindruck alles gut aus. Gehen wir runter in die Werkstatt, zeigen den mal Zabersos, schauen ihn uns mal genauer an. Und dann bringen wir den natürlich auch zum Laufen. Heizer-Berstos. Moin. Auch mal wieder hier, hä? Und was sagst du zu unserem neuen Verbrenner? Ja, mal gucken. So sieht er unter der Haube aus. Da haben wir den Luftfilter. Hier der Auspuff. Tank. Da ist der Servo für die Lenkung. Da ist der Servo für Gas, Bremse. Hier ist die Empfängerbox mit einem Ausschalter. Hier ist der Seilzug. Ich hoffe, der wird heute nicht kaputt gehen wie letztes Mal. Und da haben wir noch den Motor. Stoßdämpfer. Sieht alles gut aus. Antriebswellen sind aus Metall. Sturzspur kann man hier vorstellen. Hier nochmal einen Größenvergleich zu unserem ersten Verbrenner, dem Hobao. Also der Hobao hier ist schon deutlich größer. Motor und Auspuff ist auch größer. Ja, das gibt mir Hoffnung, dass der leiser sein wird. Wir machen den jetzt erstmal startklar. Und dann im Laufe des Videos, hier ist der letzte Mal der Seilzug gerissen. Werden wir mal prüfen, ob wir das reparieren können. Ob das eine Kleinigkeit ist oder was Großes. Empfängerbox haben wir jetzt aufgemacht. Als erstes kommen da erstmal ein paar Batterien rein. Um genau zu sein, viermal Doppel-A. In die Funke kommt auch viermal Doppel-A rein. Und dann prüfen wir erstmal, ob das funktioniert. Oh, in die Funke kommen sogar achtmal Doppel-A rein. Machen wir das mal an. Das sieht gut aus. Schaut euch das mal an. Der hat sogar Fail-Safe. Also wenn die Funke hier ausgeht, drückt er hier auf die Bremse, dass ja kein Unfall passiert. Kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr Lust, dass wir weitere Verbrenner testen? Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. 10.000 Daumen hoch, dann werden wir noch einen Verbrenner organisieren. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, keine Videos mehr verpassen möchtet. Jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und bei 10 Millionen Abonnenten wird sich Zerberstus zeigen. Dann seht ihr meine Hackfresse. Da Luftfilter schon dran ist, können wir einfach jetzt Sprit reinfüllen. Mit unserer geilen Flasche hier aus dem Starter-Set. Sehr praktisch. Ja, jetzt habe ich hier einen Schlauch vom Außenfarb gemacht. Dadurch pumpe ich jetzt den Sprit bis zum Vergaser. Also ich puste ein bisschen rein und dann fertig. Hier schon vorgelaufen. Was ist das komisch, ey? Das mache ich aber auch nur beim ganz neuen Auto. Bei dem Hobao haben wir das genauso gemacht, haben wir halt nicht gezeigt. Nicht, dass ihr denkt, wir haben da die ganze Zeit georgelt, ohne dass Sprit im Vergaser ist. Das haben wir nicht gemacht. Jetzt zum Anmachen stellen wir hier Servofunkküsse alles aus. Wir stellen jetzt ganz leicht, quasi, dass man ein bisschen Gas gibt, dass der Vergaser ganz leicht offen ist. Und jetzt können wir eigentlich schon starten. Also irgendwie geht der nicht an. Wir haben gerade alles überprüft und so. Oh, die Glühkerze nochmal überprüft, aber das geht einfach nicht an. Was haben wir jetzt noch so für Möglichkeiten? Keine Ahnung, probieren weiter. So, so, der kommt dann gleich. Also du meinst, er kommt gleich. Er kommt gleich, ja. Du musst nur noch genug orgel. Ja, er erscheint gleich, ja. Okay. Gleich hören wir den. Ding Dong. Also, wir lassen ihn jetzt ein bisschen laufen, ärgern wieder ein bisschen die Nachbarn. Ja, die müssen sich bestimmt auch denken, was macht der da den ganzen Tag? Aber ich habe so das Gefühl, er ist schon etwas leiser als der Hobau. Solange der Verbrenner läuft, nutzen wir jetzt die Zeit und schauen nach dem Hobau, was mit dem Seilzug da halt los ist. Ja, also hier das Federchen ist runtergefallen. Hier ist es runtergefallen und ist hier gebrochen. Das ist nochmal drin. Das holt den Seilzug dann wieder ein. Ich versuche das mal einfach länger zu ziehen und dann wieder hier einzuhaken. Mal schauen. Vielleicht klappt es ja. Also mir kam halt die ganze Feder gerade eben schon entgegen. Also ich kann nichts versprechen, aber ich versuche das jetzt mal alles wieder rein zu fummeln. Vielleicht geht es ja dann. Mal gucken. Also so wie ich das jetzt beurteile, sieht das aus, als wenn das nicht klappen wird. Wir werden das erfunden, ey. Krass. Also es ist nicht einfach. Aber ich hatte es fast drin. Also abschließend zu dem Thema hier. Das wird nichts. Wir brauchen eine Starterbox. Das heißt, den können wir heute nicht mitnehmen. Der ist seine Tankfüllung jetzt durchgelaufen. Hat auch gar nicht so lange gedauert, aber der hat auch einen kleineren Tank als der Hobau. Wir laden jetzt alles ein und dann fahren wir raus und machen unsere erste Testfahrt. Das Wetter ist heute auf jeden Fall wieder optimal. Aber nicht so schlimm. Wir haben uns hier einfach in so eine Halle reingestellt. Und außerdem haben wir krasse Kleidung an, wie ihr hier sehen könnt. Zerber ist das Filter jetzt erst mal ein bisschen Sprit rein. Und dann werden wir unsere erste Runde mal damit drehen. Bei der Bundeswehr haben die immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Man kann nicht arm sein. Man kann nur zu wenig verdienen. Man kann nur zu wenig verdienen. Wow! Woah Das ist auch nicht so laut, ne? Leise, ja Ich muss sagen, der macht voll Bock Der ist auch nicht so laut wie der andere Der macht irgendwie voll Bock, ich bin selbst überrascht Als nächstes Mal haben wir jetzt das GPS-Kerät dran Und wir gucken, wie schnell der kleine Verbrenner fährt Der hört sich schon geil an Der hört sich echt geil an Das waren jetzt schon 59 kmh Aber bergab, wir machen jetzt nochmal einen Speedtest bergauf Ja und wenn er warm ist, geht er wirklich Nahezu beim ersten Mal an Und man muss dazu auch noch sagen, dass wir überhaupt nichts Verstellt eingestellt haben beim Vergaser Es ist alles so, wie es ab Werk halt geliefert wurde Jetzt kommt der Speedtest bergauf Wuhuuu Okay, ich korrigiere mich Abgewürgt Der Bärstus muss da jetzt wohl hinlaufen Den erstmal anmachen, ne? Schaut euch diesen Bär an Und wir haben bergauf 61 kmh Was ist das denn, ey? Also wir können festhalten Gute 60 kmh fährt er Und es macht einfach so viel Bock damit zu fahren Was ist da los? Geil, Mann Ich habe ja immer gesagt, dass Verbrenner nicht so geil sind Also jetzt finde ich die Elektro immer noch besser Aber ich muss das ein bisschen korrigieren Verbrenner sind auch schon geil Also macht definitiv Spaß Mehr als ich gedacht habe Wir haben jetzt mal hier unsere kleine Rampe aufgestellt Da machen wir jetzt mal ein paar kleine Sprünge Ich bin mal gespannt, ob er das überleben wird Und wie er sich so anstellt Das sind jetzt unsere ersten Sprünge mit einem Verbrenner Verbrenner Jetzt kommen wir nochmal raus Ah, stimmt, rückwärtsgang hat er nicht, ne? Ja Da steckt er nun Also wie ihr gesehen habt Kleine Sprünge sind gar kein Problem Hat er erstaunlich gut gemacht, hätte ich nicht gedacht Und ansonsten was soll ich dazu sagen, macht auf jeden Fall Spaß Also falls ihr nochmal einen Verbrenner sehen wollt Freunde, lasst einen Daumen hoch da Ihr wisst Bescheid, hier könnt ihr noch zwei weitere Reviews anschauen Wir sehen uns, Peace Peace